Die Sendung wurde live untertitelt. Die Docks sind der am schwersten bewachte Vorposten der Saraphanen. Sie kontrollieren den Handelsverkehr von und nach Meridian. Die Saraphanen sind nichts im Vergleich zu dem, was ich bereits gesehen und vernichtet habe. Sei kein Narr. Da unten erwarten uns die Besten ihrer Krieger. Die Glyphenritter sind tödlich. Wir werden sehen. Nur eine Frage, Cain. Bevor wir reingehen. Wenn du Lord Saraphan tötest und den Soul Reaver wiederbekommst, was dann? Die Antwort kennst du. Sag du es mir. Dann werden Meridian und Nosgott endlich mir gehören. Und der Widerstand der Vampire? Ihr könnt natürlich tun und lassen, was ihr wollt. Natürlich. Was? Wie du umhältst du mich eigentlich? Du wachst es! Vorador hat mir alles über dich erzählt, Cain. Er sagt, dass du vor nichts zurückschrecken würdest, um dein Ziel zu erreichen. Absolute Macht! Und wenn du über Nosgott herrschst, dürfen wir Vampire tun und lassen, was wir wollen. Das soll ich dir glauben? Wir wären die einzigen, die dir die Macht streitig machen könnten. Nein. Du wirst uns verfolgen und töten. Wie würde sich deine Herrschaft von der des Lords unterscheiden? Ich werde meine Taten vor dir nicht rechtfertigen, Uma. Niemand wird sich mir in den Weg stellen. Auch du nicht! Ich bin dir sehr dankbar, dass wir die Hülden mit deiner Hilfe für alle Zeiten besiegen können, Cain. Aber du hast genug getan. Ich werde Lord Saraphan finden und töten. Dann wird Nosgott wieder den Vampiren gehören. Du Narrin! Du hättest nicht die geringste Chance, diesen Kampf zu überleben. Gib mir jetzt den Nexostein! Oder muss ich dich erst töten, damit ich ihn deinen diebischen Fingern entreißen kann? Ah, die Bestie zeigt ihr wahres Gesicht. Und so schnell. Ich wünschte, es wäre anders gekommen, Cain. Gib wohl. Hier darf niemand ohne Kennwort passieren. Der Nebel ist zu dicht. Die Schiffe können erst ablegen, wenn jemand die Leuchttürme einschaltet. Sie lassen mich nicht runter zu den Docks? Angeblich wegen des Nebels. Aber ich muss zu meinem Boot! Sag einfach das Kennwort. Nordstern. Dann lässt er dich durch. Danke, Kumpel. Ich schulde dir was. Du schon wieder. Kennwort. Nordstern? In Ordnung. Komm schon rein. Bleib mir vom Leib! Keine Angst. Bist du Cain? Ich soll dir helfen. Du musst den Leuchtturm neu ausrichten, damit das Versorgungsschiff anlegt und die Zugbrücke gesenkt wird. Ich kann die Türen zum Dock für dich öffnen. Aber vorher musst du den Leuchtturm abschalten. Sonst sehen sie mich. Und wenn sie uns sehen, töten sie uns. Du bist das, bis Sie das, bis zu den Leuchtturm. So sieht man sich wieder, Uwe. Kein. Ja, kein. Wolltest du nicht Lord Saraphan in die Knie zwingen? Ich dachte... Ich weiß. Anscheinend hatte ich Unrecht. Ich war ihm nicht gewachsen. Allein. Es war dennoch sehr mutig von dir. Kein. Ich sterbe. Ja? Das wirst du. Ich brauche dein Blut. Bitte, du kannst mich retten. Ich weiß. Sag, mein Kind. Kannst du dir mich als Herrscher von Nazgut vorstellen? Ja, ja, das kann ich jetzt. Und glaubst du, dass Nazgut rechtmäßig mir gehört? Ja, ja, das glaube ich kein. Bitte. Dann darfst du sterben. Du kennst die Wahrheit. Nein! Du hättest mich nicht verraten dürfen. Ich hätte dich zu meiner Königin gemacht. Kein. Aber... Aber jetzt... ...hast du mich verlassen. Kein, du musst den Dämon aus seinem Kirchig gefallen. Dann schmuggelst du dich in dem leeren Kirchig auf das Schiff. Mit mir geht's. Ganz klar. Ich weiß, das erhält mir noch nicht. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vor dir steht dein Henker Weißt du nicht, dass der Mechanismus zerstört ist? Du wirst Nosgott niemals unterwerfen Diese Welt gehört mir Du verstehst nichts Du bist der degenerierte Rest einer unheiligen Rasse Du schleichst ihren Parasit durch die Nacht Und doch bist du genauso leicht zu töten Wie die von deren Blut du lebst Meine Brüder und ich Sind nur noch Schatten unserer einstigen Schönheit Wir sind wie ihr Gefallende Götter Die um unsere einstige Macht kämpfen Doch wir werden siegen Wir werden die Vampire auslöschen Und die Welt in ein neues, ruhmreiches Zeitalter führen Hirb, kein Der Nexus-Stall Tja, so ist das Leben Das Artefakt, mit dem du mich besiegt hast Wendet sich nun gegen dich Das ist dein Ende Es spielt keine Rolle Das Tor ist offen Und während wir reden Bereitet sich meine Armee Eine Armee, die diese verweichlichte Welt noch nicht gesehen hat Auf den Angriff vor Nosgott gehört mir Musik 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 So einfach ist das nicht. Warum nicht? Wenn wir bleiben, sterben wir. So viel ist sicher. Und wo sollen wir hin? Wir könnten uns auf eines der Schiffe schleichen. Sie bringen ständig Menschen hierher. Offenbar kommen sie aus einem Land, in dem es mehr von uns gibt. Und wenn sie uns erwischen? Wenn wir bleiben, sterben wir. Wo ist der Unterschied? Und wenn es am Ziel der Schiffe noch schlimmer ist? Wer... was ist das? Der Auserwählte, er muss es sein. Sieh ihn dir an. Er wird es mit ihnen aufnehmen. Herr, stimmt es? Seid ihr der Vampir, der dem Treiben dieser Dämonen ein Ende setzen will? Ich bin kein. Kennt ihr euch hier aus? Natürlich, Herr. Ich muss den Mechanismus finden, mit dem diese Kreaturen ihrer Anwesenheit verbergen. Er kann ihn euch zeigen. Kommt! Dort ist es, Herr. Das Haus dort. Ich habe sie belauscht. Der Mechanismus ist da drin. Vielen Dank. Und jetzt sag mir, was ist das da? Das ist der einzige Weg hinein. Sie haben die Türen des Hauses zerstört. Wie so vieles hier. Und das da? Keine Ahnung. Aber der Sage nach, haben die Dämonen dort zum ersten Mal unsere Welt betreten. Der Sage nach? Wie lange lebt euer Volk schon in dieser Gegend? Wir waren immer hier. Der Sage nach, haben uns die Götter hier zurückgelassen. Es gibt noch andere. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Die Dämonen bringen sie her, um zu arbeiten. Sie erzählen andere Geschichten. Sie wussten nichts von der Ankunft der Dämonen. Wir mussten ihnen sagen... Genug. Schweigt. Durch das Haus komme ich zum Dimensionstor. Aber zuerst muss ich den Mechanismus zerstören. Seit wann sind die Hülden in dieser Welt? Etwa seit wir völlig ahnungslos unsere unbedeutenden Kriege führten? Nein. Seit wann. Seit wann. Seit wann. Seit wann. Sini. Seit wann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kain, der Abwehrschild von Hilden ist zusammengebrochen. Janus füllt keine magische Barriere mehr. Ich weiß. Ich habe ihre stinkende Magie vernichtet. Vorläufig. Dann können wir dir nun helfen. Janus wird uns jetzt mit einem Zauber zu dir teleportieren. Exzellent. Ich möchte dir noch persönlich dafür danken, dass du Uma gerettet hast. Ja, natürlich. Ich suche jetzt das Dimensionstor, der fühlt. Wo ist Uma, Kain? Ich fühle sie nicht. Sie wird nicht kommen. Uma ist tot, nicht wahr? Bist du zu spät gekommen? Nein. Ich musste sie bestrafen. Sie hat mir den Nexus-Stein gestohlen. Du hast dich also geweigert, ihr zu helfen? Ich musste sie behandeln wie alle Verräter. Deshalb habe ich sie getötet. Du hast was? Ich teile, was du auch getan hättest, Vorador. Mit jedem Menschen oder Vampir, der sich dir widersetzt. Du Bestie! Sie hat ihr Schicksal selbst gewählt. War sie eine pflichtbewusste Dienerin, die die Befehle ihres Herrn befolgte? Es ist mir egal. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir hätten dir nicht vertrauen dürfen. Willst du unbedingt sterben, alter Freund? Ich warme dich. Du bist mir nicht gewachsen. Wir haben keine Zeit für Streitereien. Das Dimensionstor muss ganz in der Nähe sein. Ich teleportiere uns hin. Wir sind noch nicht fertig. Heute stirbt Lord Saraphan. Morgen... Wir werden sehen. Nein! Diese Runde geht an mich, Fürst der Dunkelheit! Ich muss Vorador helfen. Geh ohne uns weiter, Kain. Ich kann dich in die Nähe des Tors teleportieren. Dann bist du auf dich allein gestellt. Benutze den Nexos-Stein. Richte seine Magie gegen das Tor. Nur so kannst du es zerstören. Worauf warten wir noch? Bringen wir die Sache zu Ende. Ich hatte meine Beute bis in ihren Bau verfolgt. Vor mir lag das Tor der Hülden, durch das der General der Hülden in Gestalt von Lord Saraphan seine dunklen Heerscharen führen wollte, um uns alle zu vernichten. Dein Spiel ist aus, Dämon. Nun schlägt deine letzte Stunde. Fein! Dachtest du, du kannst mich besiegen? Ich kenne deine Pläne und deine wahre Gestalt. Geh durch das Tor, das du geschaffen hast. Geh zurück zu deinesgleichen, bevor ich es zerstöre. Oder bleib. Stirb auf den Trümmern deines Werks. Ich gebe zu, dass ich dich hier im Herzen meines Reichs nicht erwartet hätte. Du bist in der Tat weit mächtiger, als ich dachte. Darüber kannst du grübeln, wenn du dich entschieden hast. Geh zurück ins Exil oder stirb. Denkst du, das Spiel ist schon vorbei? Denkst du, es endet mit meinem Untergang? Hast du dich nie gefragt? Warum so viele deiner Handlanger mich als ihren neuen Herrn gewählt haben? Um meiner Sache zu dienen? Feiglinge und Verräter verschwende ich keinen Gedanken. Sie werden für ihren Verrat büßen. Hast du dir schon einmal überlegt, dass möglicherweise ich einer gerechten Sache diene? Hast du das? Dass dein Ehrgeiz, die Welt zu beherrschen, nichts weiter ist, als das krankhafte Verlangen eines armseligen Artigen? Nach hinten wird euer Wacht. Schweig, Dämon. Denkst du, ich merke nicht, wie du die Wahrheit verfälscht? Doch alle Verräter, die du deinem Willen unterworfen hast, sind tot. Das gilt auch für Uma, deine letzte Spionin. Uma? Ich habe keine Spionin mit diesen Namen. Du lügst! Glaubst du immer noch, dass du siegen wirst? Solange du den Nächstenstein fängst, kann ich dich mit dem Schwert nicht verletzen. Aber solange du dich mit dem Stein schützt, kannst du das Tor nicht zerstören. Das nennt man Abt, Kai. Aber ich habe Zeit. Früher oder später werde ich sie. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Nein! 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 Du, ja, dein Gefangener, dessen Blut deine dunklen Pläne ermöglichte. Es war nur gerecht, dir die Freiheit zu bauen und gleichzeitig Rache zu nehmen. Folter und Schmerzen sind zu gut für dich, Vampir. Aber nicht für dich, Hülden. Du hast es gewagt, nach deiner Verbannung in unsere Welt zurückzukehren. Geh dorthin, wo du hingehörst. In die Dimension der Dämonen. Und mit welchem Recht habt ihr mein Volk an diesen Ort des Bösen verwandt? Mit welchem Recht habt ihr uns mit dem Fluch belegt, der uns aus dem Licht vertrieben hat und zu Jägern der Menschen machte? Der Fluch war die gerechte Strafe für unsere Verbannung. Du siehst doch, was ihr aus uns gemacht habt. Ich sehe, dass du endlich deine wahre Gestalt angenommen hast. Angehend, aber dreh mir nicht den Rücken zu. Kein, das schwert. Ich verpanne dich in deine eigene Hölle. Du bist ein Gefangener auf ewig. Nein, kein! Und jetzt bist du an der Reihe. Du hast eine Schlacht gewonnen, aber der Krieg zwischen unseren Völkern wird nie enden. Unsere Verbannung in die Dimension der Dämonen. Macht uns unsterblich. Eines Tages werden wir wiederkommen. Sollte dein Volk das Exil noch einmal verlassen, werde ich auf euch warten. So lange wirst du nicht leben. Ich habe lange genug gelebt, um dich zu besiegen. Uma! Was sagte sie, als sie mir den Nexus-Stein stahl? Wie würde sich meine Herrschaft von der von Lord Saraphan unterscheiden? Du leben würdest, Oma. Hättest du den Unterschied gesehen, du hättest mir vertrauen sollen. Der Krieg war vorbei und dennoch galt es noch eine andere Schlacht zu schlagen. Ich musste die grausamen Herren von Nosgoth, die nun führerlosen Saraphanen, vernichten. Städte mussten aufgebaut und Gesetze neu geschrieben werden. Dann würde eine neue Zeit beginnen. Meine Zeit. Die Lorbeeren gebühren dem Sieger. Endlich würde Nosgoth mir gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018